Das Bundesausbildungsförderungsgesetz regelt die staatliche Unterstützung für die Ausbildung von Schülern und Studenten in Deutschland. Mit dem Kürzel BAföG wird umgangssprachlich auch die Förderung bezeichnet, die sich aus dem Gesetz ergibt. Das Gesetz gilt nach 68 SGB als besonderer Bestandteil des Sozialgesetzbuches und soll langfristig dort eingeordnet werden. Damit ist BAföG eine Sozialleistung. Das sogenannte Meister BAföG, mit dem die berufliche Aufstiegsfortbildung von Handwerkern und anderen Fachkräften finanziell gefördert wird, ist nicht im Bundesausbildungsförderungsgesetz, sondern im Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz geregelt. Ziele Hauptziele des BAföG sind die Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Mobilisierung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten. Das Ziel einer Chancengleichheit in dem Sinne allen Studenten ein nebenarbeitsfreies Studium zu ermöglichen, wird allerdings nur eingeschränkt erreicht. Die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks belegt, dass 67% der Studierenden in Deutschland eine Nebenerwerbstätigkeit ausführen, um das Studium und sonstige Kosten zumindest anteilig zu finanzieren. Geschichte Nach der Einstellung der seit 1957 existierenden Studienförderung nach dem sogenannten Honeffer-Modell wurde am 1. September 1971 das BAföG als Vollzuschuss unter der Kanzlerschaft Willy Brandts für individuell bedürftige Schüler und Studenten eingeführt. Gegenüber dem Vorgängermodell hatte es einen breiteren Kreis von Empfangsberechtigten und garantierte einen Rechtsanspruch auf Förderung. Die Förderung wurde damit einklagbar. Die Höchstförderung für Studenten entsprach bei Einführung des BAföG in etwa dem vom Deutschen Studentenwerk in seiner damaligen Sozialerhebung als notwendig erachteten Betrag. Im BAföG ist vorgesehen, dass die Bedarfssätze und Freibeträge alle zwei Jahre zu überprüfen sind. Dies hat zwar zu häufigen Erhöhungen geführt, über weite Phasen blieb die Förderung aber deutlich hinter dem wirklichen Bedarf zurück. Forderungen nach einer Dynamisierung des Anspruchs gemäß allgemeiner Preissteigerung und studentischem Warenkorb oder eines zielgerichteten Ausbaus in Richtung Grundeinkommen blieben indes im Ergebnis ungehört. Der Kreis der Anspruchsberechtigten und die Ausgestaltung der Förderung wurden seit Inkrafttreten des BAföG immer wieder verändert. In den 1970er Jahren erfolgten Erweiterungen der Förderungsvoraussetzungen und strukturelle Verbesserungen. Bei der Förderung von Studenten ging man von der Vollförderung auf eine Mischförderung durch Zuschuss und Grunddarlehen über. Die Förderung für Schüler, insbesondere an allgemeinbildenden Schulen, wurde von einhängenden Voraussetzungen abhängig gemacht. Im Oktober 1982 kam es zu einem Regierungswechsel, die fast 16-jährige Regierungszeit von Helmut Kohl begann. Die Universitäten waren voll, weil geburtenstarke Jahrgänge im studierfähigen Alter waren. Ausbildungsplätze waren auch aufgrund der Wirtschaftslage U.A. nach der zweiten Ölkrise 1979 knapp. Die Umstellung auf Volldarlehensförderung bedeutete bei durchschnittlich zehn Semestern Studienzeit bis zu 70.000 Deutsche Mark BAföG-Schulden für mit Höchstsatz geförderte Studierende. Ab 1990, dem Jahr der Deutschen Wiedervereinigung, trugen auch Studenten aus den neun Ländern zu vollen Universitäten bei. Doch seit Oktober 1990 mussten Studierende wieder nur die Hälfte des Darlehens zurückzahlen. Durch zahlreiche Gesetzesnovellen in den 1980er und 1990er Jahren, die die Förderungsmöglichkeiten reduzierten, erreichte das BAföG im Jahr 1998 seinen Tiefpunkt. Das BAföG bildete nur noch für knapp 13 Prozent der Studenten eine Finanzierungsquelle. Nach der Bundestagswahl 1998 bildete Gerhard Schröder die erste rot-grüne Regierungskoalition. Sie beschloss 2001 eine weitreichende Reform, die viele Einschränkungen der Kurierer zurücknahm. Zusätzliche Veränderungen erfolgten etwa durch die Freistellung des Kindergeldes bei der Einkommensanrechnung. Zudem müssen seither insgesamt nur maximal 10.000 Euro des Darlehens zurückgezahlt werden. Nach dieser Reform gewann das BAföG wieder wesentlich an Bedeutung. Im Jahr 2003 erhielten bereits mehr als 25 Prozent der Studentenförderung nach dem BAföG. Laut Statistischem Bundesamt bekamen 2008 510.000 Studierende und 312.000 Schülerinnen und Schüler BAföG. Studierende bekamen im Schnitt 398 Euro im Monat, Schüler 321 Euro. Nicht alle erhielten das ganze Jahr über Geld 52 Prozent den Höchstsatz. Bund und Länder haben 2008 über 2,3 Milliarden Euro für die BAföG-Förderung ausgegeben. 2010 waren es fast 2,9 Milliarden Euro. 2010 beschloss die Bundesregierung Merkel eine Novelle des BAföG. Die allgemeine Altersgrenze von 30 Jahren wurde für Masterstudiengänge auf 35 Jahre angehoben. Begabungs- und leistungsabhängige Stipendien bis zu 300 Euro monatlich werden seither von einer Anrechnung auf den Bedarfssatz nach BAföG. Ausgenommen, die für die Ehe und für Ehegatten geltenden Regelungen im BAföG gelten nun auch für Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Im August 2014 gab Bundesbildungsministerin Wanka bekannt, dass die Ausbildungsförderung ab Herbst 2016 um insgesamt 7 Prozent angehoben wird. In diesen soll der Wohnzuschlag-Höchstsatz um 11 Prozent angehoben werden. Nach amtlicher Berechnung soll der Anstieg der Verbraucherpreise seit der letzten Erhöhung 2010 bis 2014 bereits 7 Prozent betragen. Mit dem 25. BAföG-Änderungsgesetz stimmte der Bundesrat am 19. Dezember 2014 der vollständigen Finanzierung der Ausbildungsförderung durch den Bund zu. Zum Schuljahr bzw. Wintersemester 2016-17 hebt der Bund die Bedarfssätze und Freibeträge um 7 Prozent an. Damit wird die Zahl der Empfänger um rund 110.000 Studierende und Schüler erweitert. Drittstaatenangehörige mit Aufenthaltstiteln aus humanitären oder familiären Gründen können künftig bereits nach 15 Monaten statt bisher 4 Jahren Aufenthalt in Deutschland BAföG beantragen Förderungsfähige Ausbildungen Nach dem BAföG kann der Besuch von allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10 von Fachschulen und Berufsfachschulen, von Schulen des zweiten Bildungsweges, von Akademien und Hochschulen gefördert werden. Für die Förderung von Schülern bestehen dabei allerdings erhebliche Einschränkungen. Ausbildungen im dualen System können nicht nach dem BAföG gefördert werden. Insoweit kommt aber Berufsausbildungsbeihilfe in Betracht. Im Grundsatz kann nur eine erste Ausbildung gefördert werden. Für eine Förderung nach einem Fachrichtungswechsel oder einem Ausbildungsabbruch bestehen erhebliche Einschränkungen. So weit es sich nicht um eine erste und frühzeitig erfolgte Entscheidung handelt. Bis zum Ende des zweiten Semesters ist ein Wechsel in der Regel ohne weitere Begründung möglich. Bis zum Ende des dritten Semesters wird ein wichtiger Grund erwartet. Danach ist ein Wechsel ohne Verlust des BAföGs nur bei einem unabweisbaren Grund möglich. Mit der zunehmenden Umstellung von Studiengängen auf die Bachelor-Master-Struktur ergeben sich insoweit Probleme, weil der Bachelor-Abschluss grundsätzlich als erster berufsqualifizierender Abschluss angelegt ist. Ein anschließender Master-Studiengang folglich bereits als Zweitausbildung zu gelten hat und nur dann gefördert werden kann, wenn er auf einen Bachelor-Studiengang aufbaut und in der Regel nahtlos anschließt. Fernstudien werden nur längstens zwölf Monate gefördert, wenn der Lehrgang in diesen zwölf Monaten auch abgeschlossen werden kann und das Studium Vollzeit durchgeführt wird. Bei dreijährigen Studien kann so das letzte Jahr gefördert werden. Gefördert werden außer Ausbildungen im Inland seit dem 1. Januar 2008 auch das vollständig im Ausland verbrachte Studium an einer Hochschule in der EU oder der Schweiz. Deutsche Studenten, die im Inland Anspruch auf BAföG haben, können für Auslandsaufenthalte das Auslands-BAföG beantragen. Wegen des dort höheren Bedarfs kann sich ein Antrag auch für diejenigen lohnen, die im Inland wegen höherer Einkommen aus der Förderung fallen. Des Weiteren ist eine Förderung für Schüler möglich, die ein Jahr im Ausland verbringen wollen. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass die vormals angewandte Regelung, wonach nur dann eine Ausbildung im Ausland gefördert wurde, wenn sie die Fortsetzung einer mindestens ein Jahr lang in Deutschland begonnenen Ausbildung darstellte, gegen den Grundsatz der Freizügigkeit verstieß. Im Januar 2010 entschied das Verwaltungsgericht Münster, dass auch Personen, die dauerhaft in einem anderen EU-Land leben und dort studieren, grundsätzlich eine BAföG-Förderung erhalten dürfen. Persönliche Voraussetzungen Die Leistungen des Schülers oder Studenten müssen erwarten lassen, dass das angestrebte Ausbildungsziel erreicht wird. Dies wird grundlegend mit dem regelmäßigen Besuch der Ausbildungsstätte belegt. Ab dem fünften Semester einer Hochschulausbildung erfolgt eine Förderung nur noch, wenn der betroffene zeitgerecht den normalen geforderten Leistungsstand des vier Semesters erreicht hat. In besonders begründeten Fällen kann die Frist überschritten werden. Ausländer können Leistungen nach dem BAföG in der Regel dann beanspruchen, wenn sie ein von der Ausbildung unabhängiges Aufenthaltsrecht in Deutschland besitzen, etwa weil sie hier aufgewachsen sind oder ihr Aufenthaltsrecht von hier lebenden Eltern oder vom Partner ableiten. In wenigen Fällen etwa für Ausländer mit einer Duldung ist zudem eine Mindestaufenthaltsdauer von 15 Monaten, vormals von vier Jahren erforderlich. Wer hingegen ein Aufenthaltsrecht nur zu Ausbildungszwecken besitzt, kann in der Regel auch als Unionsbürger keine BAföG-Leistungen beanspruchen. V.G.Elle, Achtvorlage, Wartung, Buzzer, BAföG Auszubildende müssen bei Beginn des Ausbildungsabschnitts jünger als 30 Jahre sein, sofern nicht bestimmte Ausnahmetatbestände, wie etwa die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftiger Angehöriger oder der Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung auf dem 2. Bildungsweg ein Überschreiten der Altersgrenze rechtfertigen. Für den Beginn eines Masterstudiums liegt die Altersgrenze im Regelfall bei 35 Jahren. Höhe der Leistungen Die Leistungen nach dem BAföG erfolgen nach pauschalen Bedarfsbeträgen auf die eigenes Einkommen und Vermögen des Schülers oder Studenten sowie Einkommen seines Ehegatten und in aller Regel auch seiner Eltern angerechnet werden. Das BAföG ist somit familienabhängig. Die Bedarfssätze differieren nach Art der Ausbildung und setzen sich aus einem allgemeinen Bedarfssatz und einem pauschalen Unterkunftsanteil zusammen, der sich danach richtet, ob der zu Fördernde bei den Eltern wohnt oder nicht. Hinzu kommt ein Kranken- und Pflegeversicherungszuschlag für Personen, die sich selbst versichern müssen sowie unter engen Voraussetzungen gegebenenfalls ein Härtezuschlag, etwa bei besonders hohen Unterkunftskosten oder bei Internatsunterbringung. Der BAföG-Höchstsatzinkel-KVPV-Zuschlag beträgt monatlich 670 Euro. Davon werden 50% des Maximalbedarfs als unverzinsliches Darlehen gewährt. Hinzu tritt das auf den geförderten Entfallende an rechnungsfreie Kindergeld. Der Gesamtbedarf eines nicht bei den Eltern wohnenden Studenten beträgt seit 1. Oktober 2010 670 Euro. Seit 2008 gibt es einen Zuschlag von 113 Euro, wenn man mit einem eigenen Kind unter 10 Jahren in einem Haushalt lebt. Für jedes weitere Kind unter 10 Jahren erhöht sich der Zuschlag jeweils um 85 Euro. Aufgrund der Pauschalierung von BAföG-Leistungen kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung nicht gedeckt sind. Dann besteht für die auszubildende Person nach 27 SGB II die Möglichkeit, den fehlenden Betrag beim zuständigen Jobcenter zu beantragen. Auf den pauschaliert ermittelten Bedarf werden ebenfalls pauschaliert die Beträge angerechnet, die der Zufördernde und seine Familie aus eigenen Mitteln aufbringen können. Vorrangig wird das prognostisch ermittelte aktuelle Einkommen des Zufördernden auf seinen Bedarf angerechnet. Dabei werden ihm allerdings Freibeträge zugebilligt, die nach der Art der Ausbildung differieren und beispielsweise für Studenten an Hochschulen 400 Euro im Monat betragen. Die Anhebung der Arbeitsentgeltgrenze für geringfügige Beschäftigungen zum 1. Januar 2013 auf 450 Euro spielt für die Ermittlung des anrechenbaren Einkommens des Auszubildenden im BAföG keine Rolle. Einkommen kann dabei nicht mit dem gleichgesetzt werden, was üblicherweise als Bruttoeinkommen oder Nettoeinkommen verstanden wird. Vielmehr bestimmen einige recht komplizierte Vorschriften des BAföG, was im einzelnen Einkommen im Sinne des BAföG ist. Kindergeld gehört seit 2001 nicht mehr dazu. Wenn nach dem Ende des regelmäßig einjährigen Bewilligungszeitraums feststeht, welches Einkommen der Geförderte in dieser Zeit tatsächlich hatte, berechnet das Förderung samt den Anspruch auf Ausbildungsförderung abschließend. Überzahlte Ausbildungsförderung wird zurückgefordert, andernfalls erfolgt eine Nachzahlung. Eine Berechnung mit aufgeschlüsseltem Ergebnis ist möglich, allerdings bietet das Bundesministerium seit Ende 2008 keinen Rechner mehr an. Eine in den meisten Fällen ausreichende Annäherung bietet der BAföG Rechner von Studis Online. Auch etwaiges Vermögen des zu Fördernden wird angerechnet, soweit es den Freibetrag von 5200 Euro übersteigt. Bei einem verheirateten oder in einer Lebenspartnerschaft lebenden Geförderten erhöht sich der Freibetrag um weitere 1800 Euro sowie je weiteres Kind ebenfalls um 1800 Euro. In Härtefällen kann ein weiterer Teil des Vermögens anrechnungsfrei bleiben. Seit Januar 2011 ist es möglich, dass Kraftfahrzeuge ebenfalls mit dem Zeitwert angerechnet werden. Dabei wird ein Zwölftel des Gesamten den Freibetrag überschießenden Einkommens auf den monatlichen Bedarf angerechnet. Die Vermögensanrechnung spielt in der Praxis seit einigen Jahren eine erhebliche Rolle, weil durch sogenannte Kontrollmitteilungen der Finanzämter an die BAföG-Ämter über Freistellungsaufträge das Vermögen überprüft wird. Jährlich kommt es für jeden BAföG-Empfänger zum Datenabgleich. Dabei werden dem Amt für Ausbildungsförderung Personen gemeldet, die Zinseinkünfte im Vorjahr von mehr als 100 Euro erhielten. Die Zinseinkünfte werden über den Freistellungsauftrag bei den Banken ans Finanzamt übermittelt. Dem Amt für Ausbildungsförderung werden die Kontonummern, Kontennamen und die jeweiligen Zinserträge gemeldet. BAföG-Empfänger, die über 100 Euro Zinsen erhielten, müssen ihr tatsächliches Vermögen nachweisen. Bleibt dies unter der Freigrenze, ist alles nur Verwaltungshandeln und zieht keinerlei Konsequenzen nach sich. Für Verheiratete gilt das ebenfalls. Da die Freistellungsaufträge gemeinsam erteilt werden müssen, werden auch diese dem BAföG-Amt gemeldet. Kann der Empfänger die Herkunft der Zinsen nachweisen und erklären, dass es sich um Zinseinkünfte des Partners handelt, ist dieses Verfahren wieder nur als Verwaltungshandeln zu bearbeiten. Für jedes Jahr, in dem die Zinseinkünfte über 100 Euro lagen, wird eine Erklärung fällig. Ob der Empfänger dabei immer unter den Freigrenzen liegt, spielt dabei keine Rolle. Die Anrechnung des Einkommens des Ehegatten, eingetragenen Lebenspartners und der Eltern des Auszubildenden richtet sich nicht nach den aktuellen Verhältnissen, sondern nach den Verhältnissen im vorletzten Jahr vor Beginn des Bewilligungszeitraums. Ausgangspunkt ist auch bei Ehegatten und Eltern das Einkommen im Sinne des BAföG, auf das verschiedene Freibeträge gewährt werden, nämlich der Grundfreibetrag, der für den Ehegatten und getrennt lebende Elternteile 1.070 Euro und für die nicht getrennt lebenden Eltern gemeinsam 1.605 Euro beträgt. Für Kinder des Einkommensbeziehers, die nicht ihrerseits in einer nach dem BAföG förderungsfähigen Ausbildung stehen und andere Unterhaltsberechtigte, werden jeweils 485 Euro und für Stiefelternteile jeweils 535 Euro Freibetrag gewährt. Ein prozentualer Zusatzfreibetrag kommt noch hinzu. Er beträgt nochmals 50% des die festen Freibeträge übersteigenden Einkommens und jeweils nochmals 5% für jede berücksichtigte unterhaltspflichtige Person. Unter engen Voraussetzungen kann ein zusätzlicher Härtefreibetrag gewährt werden. Das nach Abzug aller Freibeträge verbleibende Einkommen wird anteilig auf förderungsfähige Geschwister und den Antragsteller angerechnet. Für den Fall, dass der Ehegatte oder ein Elternteil im aktuellen Jahr wesentlich weniger Einkommen hat als zwei Jahre zuvor, kann ein Aktualisierungsantrag gestellt werden. Dann wird nicht das Einkommen des vorletzten Jahres, sondern im Wege der Prognose, das aktuelle Einkommen in den Jahren des Bewilligungszeitraumes zugrunde gelegt. Die daraus resultierende Zahlung von Ausbildungsförderung wird unter dem Vorbehalt der Rückforderung geleistet, nachdem zu einem späteren Zeitpunkt das Einkommen in den Jahren des Bewilligungszeitraumes feststeht, entscheidet das Förderungsamt abschließend über die Höhe der Förderung. Überzahlte Ausbildungsförderung wird zurückgefordert, andernfalls erfolgt eine Nachzahlung. Wenn Eltern die erforderlichen Angaben über ihr Einkommen verweigern oder dem Auszubildenden keinen Unterhalt in Höhe des pauschal errechneten Betrages leisten, kann der Auszubildende vom Förderungsamt Vorausleistungen beanspruchen. Das Amt leistet ihm dann Förderung in der Höhe, die sich ohne eine Anrechnung von elterlichem Einkommen ergibt, kann aber die Eltern für die verweigerten Leistungen selbst in Anspruch nehmen und GGFS vor dem Familiengericht auf Unterhalt verklagen. Kindergeld wird hierbei als Unterhalt angerechnet. Unter bestimmten Voraussetzungen werden Auszubildende elternunabhängig gefördert, insbesondere für Ausbildungen im zweiten Bildungsweg. Ebenso gilt dies, wenn Auszubildende das 30. Lebensjahr vollendet nach Vollendung des 18. Lebensjahres 5 Jahre erwerbstätig oder nach einer dreijährigen berufsqualifizierenden Ausbildung mindestens 3 Jahre berufstätig waren und wirtschaftlich schon auf eigenen Füßen stehen konnten. Förderungsdauer BAföG wird grundsätzlich für die gesamte Dauer der Ausbildung geleistet bei Studiengängen allerdings nur bis zum Ende der Förderungshöchstdauer, die der Regelstudienzeit des betreffendenden Studienganges entspricht. Unter engen Voraussetzungen muss eine Ausbildung auch über die Förderungshöchstdauer hinaus gefördert werden, etwa wenn das Studium durch das erstmalige Nichtbestehen des Abschlussexamens durch eine Behinderung, eine Schwangerschaft oder durch Kindererziehung nicht bis zum Ende der Förderungshöchstdauer abgeschlossen werden konnte. Jenseits einer solchen angemessenen Verlängerungszeit kann GGFS für höchstens 12 Monate noch eine Studienabschlussförderung beansprucht werden. Wenn die Anmeldung zur Abschlussprüfung spätestens vier Semester nach Ende der Förderungshöchstdauer erfolgt und innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen sein kann, wurde Förderung für eine angemessene Zeit über die FHD hinaus geleistet. So tritt für die Berechnung der Studienabschlussförderung der letzte Monat der verlängerten Förderungszeit an die Stelle der FHD. Darüber hinaus kann über die Förderungshöchstdauer gefördert werden. Wer als Auszubildender an einer Hochschule in vorgesehenen Gremien und satzungsmäßigen Organen der Hochschulen und der Länder sowie in satzungsmäßigen Organen der Studentenwerke sowie der Selbstverwaltung der Studierenden an diesen Ausbildungsstätten wie beispielsweise Studentenvertretung mitgewirkt hat, Förderungsarten Schüler erhalten die BAföG-Leistung als nicht zurückzuzahlenden Zuschuss. Studierende sowie Auszubildende an höheren Fachschulen und Akademien erhalten die BAföG-Leistungen demgegenüber im Regelfall zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses staatliches Darlehen. Bekommen Studenten ausnahmsweise über die allgemeine Förderungshöchstdauer hinaus BAföG. So handelt es sich hierbei im Allgemeinen um ein zinsgünstiges Bankdarlehen. Auch die Studienabschlussförderung wird als Bankdarlehen gewährt. Bei Auslandsausbildungen wird der sogenannte Mehrbedarf nach Maßgabe der Zuschlagsverordnung bis zu bestimmten Höchstgrenzen als Zuschuss geleistet. Durch die erhöhten Bedarfssätze können z. Für das zinslose staatliche Darlehen wird ein Teilerlass gewährt, wenn die Abschlussprüfung besonders gut oder die Ausbildung früher erfolgreich abgeschlossen worden ist. Diese Regelung gilt nur für Abschlüsse deren Prüfung bis zum 31. Dezember 2012 erfolgreich bestanden wurde. Für Prüflinge die zu den 30% der besten Absolventen des Jahrganges gehören beträgt der Teilerlass 25%. Wenn die Abschlussprüfung innerhalb der Förderungshöchstdauer bestanden wurde. 20% wenn die Abschlussprüfung maximal 6 Monate nach Ablauf der Förderungshöchstdauer bestanden wurde. 15% wenn die Abschlussprüfung maximal 12 Monate nach Ablauf der Förderungshöchstdauer bestanden wurde. 20% für Absolventen von Akademien unabhängig von der Studiendauer. Für Absolventen, die die Ausbildung mindestens 4 Monate vor Ablauf der Förderungshöchstdauer abgeschlossen haben, werden 2.560 Euro erlassen, bei 2 Monaten 1.025 Euro. Die verbleibenden Darlehen müssen später einkommensabhängig in vierteljährlichen Raten an das Bundesverwaltungsamt zurückgezahlt werden. Hat der Darlehensnehmer dann kein hinreichendes Einkommen, so wird er für einen befristeten Zeitraum von der Rückzahlung auf Antrag freigestellt. Die betreffende Rate wird allerdings nicht erlassen, sondern nur gestundet. Zudem werden 2% Zinsen auf das Gesamtdarlehen pro Förderung erhoben, bzw. 6% bei mehr als 45 Tagen Verzug. Außerdem kommen Mahngebühren, Anschriften, Ermittlungskosten und sonstige Kosten dazu. Bis längstens 31. Dezember 2009 wurde ein Teilerlass von Darlehensraten gewährt. Solange der Darlehensnehmer kein oder nur ein geringes Einkommen erzielte und ein Kind unter 10 Jahren pflegte und erzog oder ein behindertes Kind betreute, Auszubildende, die ihr Studium nach dem 1. März 2001 aufgenommen haben, brauchen höchstens 10.000 Euro an staatlichem Darlehen zurückzuzahlen. Für etwa weitere bezogene Bankdarlehen gilt diese Deckelung nicht. Bei vorzeitiger Ablösung des Darlehens werden betragsabhängig weitere Teile erlassen. Der Rabatt richtet sich nach der Höhe der vorzeitigen Rückzahlung. Hierbei ist zu beachten, dass eine Deckelung des Darlehens auf 10.000 Euro erst nach einem solchen Teilerlass stattfindet.